Engbo HB 105. Dieser Grill bietet Platz für sechs bis acht Personen und ist in zwei Bereiche unterteilt, die gleichzeitig genutzt werden können. Die Grillplatte misst 39,8 x 27,8 x 2,7 Zentimeter, ist abnehmbar und gegen Spritzwasser geschützt. Sie ist in eine glatte und in eine geriffelte Zone unterteilt. Dank der Teflonbeschichtung ist eine einfache Reinigung sichergestellt. Im Lieferumfang des Raglets befinden sich acht Minifändchen mit einer Antihaftbeschichtung, vier Holzschaber und eine praktische Bedienungsanleitung. Der Grill hat eine Leistung von 1500 Watt und benötigt einen Stromanschluss von 230 Volt. Der Vorteil ist die frei wählbare Temperaturregelung über den Bedienregler an der Vorderseite. Die maximale Temperatur beträgt 260 Grad. Für einen sicheren Stand und den Abstand zwischen Raglet und Tischoberfläche ist der Grill mit Anti-Hitz-Gummifüßen ausgestattet.